Also zunächst mal war jede Erfahrung, die ich hier gemacht habe, positiv und zwar extrem positiv. Eine der Haupterfahrungen, die ich machen durfte, ist, dass man, obwohl man selber sehr stark in der Thematik schon arbeitet, sehr viel Neues, neue Impulse, neue Denkweisen kennenlernen durfte und kennengelernt hat, die man sofort wieder umsetzen konnte. Das beziehe ich vor allen Dingen auf die Referenten, die sehr viel Erfahrung mit einbringen in die Seminare, in die Ausbildung. Zum anderen aber auch auf den Austausch mit den Teilnehmern, die man hier in den Seminaren kennenlernt, wo man wirklich sehr viele befruchtende Impulse jedes Mal wieder mitnehmen kann, was mir eben auch in meinem Job weitergeholfen hat und was man wirklich tagtäglich wieder umsetzen, einsetzen und weiterführen kann.